Konami Computer Entertainment Tokyo Einige Teile dieses Spiels könnten als gewalttätig oder grausam betrachtet werden. Und damit ein herzliches Willkommen zu Silent Hill 4 Zulu. Ein Spiel, das ich schon seit ungefähr 18 Jahren auf DVD besitze. Aber leider funktioniert diese DVD nicht so wirklich mehr. Mit den heutigen Systemen und also ich kann das Spiel installieren und so. Aber wenn ich Whitescreen mache, gibt es nicht Probleme und dann fliegt das Spiel ein an einer bestimmten Stelle. Deswegen habe ich mir jetzt die GOG-Version gekauft, online, die Online-Version, wo man auch noch einen extra Ordner, also man muss nur einen Ordner öffnen, dann kann man eine Datei anwählen, ein Programm, ein Tool, womit man mit DirectX auch Anti-Aliasing und andere Sachen anmachen kann. Man kann auch Whitescreen damit machen. Also man kann hier in dem Menü kann man die Auflösung umstellen, von 4 zu 3 zu 16 zu 9, obwohl bei hier meistens so 4 zu 3 angeboten wird. Und man kann das machen in dem Programm. Jetzt kommt ein kleines Video, bevor ich weiter rede. 2. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 6. 10. 8. 10. 10. 11. 10. 11. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Verstörend Nicht wahr? Silent 4 The Room Stiller Hügel 4 Das Zimmer Hört sich komisch an Und damit wie gesagt ein herzlich willkommen nochmal zurück Und ich kann zumindest sagen Angefangen habe ich damals tatsächlich als Survival Horror Veteran mit Zeitmittel 1 Danach habe ich 2 auch gespielt Und 3 habe ich vor ein paar Monaten erst gespielt Aber davor kannte ich schon 4 Und 4 wurde entwickelt nachdem 2 entwickelt wurde Also als die 2 fertig war Da wurde er direkt mit 3 angefangen Mit begonnen und mit 4 Aber 4 Das parallel zu 3 entwickelt wurde Sollte ein eigenes Spiel sein Nämlich Room 302 Also Zimmer 302 Und ich fange da mal jetzt direkt an Dann natürlich auf normal Weil das ist schwer Das ist wirklich schwer Vor 2 Jahren Sog Henry Townsend in Apartment 302 In South Ashfield Heights ein Einem Wohnblock in Ashfield Einer Stadt mittlerer Größe Henry war zufrieden Und genoss sein neues Leben Aber vor 5 Tagen passierte etwas seltsames Jede Nacht schließlich derselbe Traum in Henrys Schlaf Und noch etwas Er konnte Apartment 302 nicht verlassen Das ist doch mal echt gruselig Ein falsches Erwachen folgt auf dem nächsten Und dann sind diese falschen Erwachen auch noch Albträume Alter Und das gruselige an Silent Hill 4 ist Im Gegensatz zu den anderen Spielen Wo es ja Monster gibt Die eine Metapher sind Psychologische Metaphern Das gruselige hieran ist Dass es hier Geister gibt Und die kann man nicht kaputt machen Die kann man nicht zerstören Das bedeutet man hat hier einen größeren Kontrollverlust Als bei anderen Survival Horror Spielen Weil da ist ja Dass man da gewisse Skills hat Wenn man das aus der Psychologie nimmt Nämlich Dass man halt mit den Waffen Sicherheit schaffen kann Und das geht hier nicht so wirklich Da muss man auf der Hut sein Naja Wie dem auch sei Ich erzähle gleich noch ein bisschen Lassen wir erstmal den Mann schreien Was ist hier passiert Überall sind Blut und Rost Das ist mein Zimmer Aber was zum Teufel ist hier passiert Dieses Zimmer Ist das wirklich mein Zimmer Es sieht furchtbar aus Diese Luft ist so schwer Mein Kopf schmerzt Mein Kopf tut weh Kann mich nicht erinnern Dass ich dieses Foto aufgehängt habe Diese Kirche Hm Okay jetzt ist da ein richtiger Dialogen drin Jetzt gucke ich mir mal alles genau an Jede Menge staubiger Sachen Was zum Teufel Nichts davon gehört mir Das ist seltsam Meine rote Schreibmaschine ist weg Das habe ich noch nicht gelesen Interessant Also nichts davon gehört ihm Und seine Sachen sind weg Interessant Dieses Foto War das vorher hier? Mein Kopf Dieses Foto War das vorher hier? Ich habe diesen Leuchtturm schon mal gesehen Hm Also er erkennt ein paar Sachen wieder Aber nicht so wirklich Das Fenster Ich kriege es nicht auf Es geht nicht auf Das schon gar nicht Ekelhaft Und ich bin froh Dass die Grafik bei mir jetzt auch düster aussieht Weil als ich das mit den Problemen hatte Bei der DVD Version Da habe ich gehabt Dass bei mir das Bild ganz hell war Obwohl ich es dunkel eingestellt habe Und in der Aufnahme war es dunkel Jetzt kann ich es auch genießen zu zocken richtig Das würde ich damit sagen Das ist mein Bett Toll Das Bett ist hier also geblieben oder was? Das stand hier schon drin Mein Kopf So schwer Dieses Foto Es ist dreckig War das vorher hier? Diese Landschaft Die kenne ich Hm Genau wie die Kirche oder was Und diesen Leuchtturm Da haben diese drei Bilder schon mal was gemeinsam Nur was kann das sein? Also ich habe das Spiel noch nicht durchgespielt komplett Ich habe das schon weit gespielt Will ich meinen Aber noch nicht durch Also vor ein paar Jahren Ein paar Jahre 15 Jahre ungefähr Da habe ich es auf jeden Fall gezockt Und ich fand das damals sehr sehr gruselig Aber da komme ich gleich zu Da komme ich gleich zu Eins noch mal an Jetzt hat man hier diese schöne Wohnung Die könnte man mal ein bisschen aufrollen Renovieren Aber ja Jetzt haben wir hier das Zimmer Das wirkt so Das hat ein Radio los Ich weiß nicht mal was das ist Was? Der weiß nicht was eine HiFi Anlage ist Er würde ja nur HiFi Anlage sagen oder so Diese Uhr Wann ist sie stehen geblieben Hatte ich vorher in diesem Zimmer Überhaupt eine Uhr? Hm Also das hier ist die Moderne Und das sieht antik aus Wo kommt dieser große Fernseher her? Ich dachte ich hatte einen Plattenspieler Auch wieder was Älteres Fortzugehen Was ist das? Boah ey die Küche ey Da will ich aber nichts essen Da gehe ich lieber nach McDonalds Äh da gehe ich mir lieber einen Burger essen Ich habe nicht das gesagt Keine Schleichwerbung hier Was? Gruselig Sieht aus wie ein Gesicht Was ist das für ein Foto? Es verblasst und ich kann es nicht gut sehen Ich dachte ich hätte das verschoben Aber jetzt ist es wieder Wo es vorher war Hm Was ist hier los? Wer sind all diese Leute? 21 Leute Ich sehe da keine Leute Das kann nicht sein Warum sind die hier? 21 Leute sollen da drauf sein? Für mich sieht das einfach nur blutig Düster Also schwarz und rot aus So rostig Blutig Schwarz Halt Wer ist dieser Kerl? Also das ist Henry Wir spielen Henry Aber In diesem Traum erkennen wir Henry nicht wieder Boah die Decke wie die aussehen Boah Schon alles voller Schimmel aufgestimmt Das Fenster Ich krieg's nicht auf Verdammt Den Schlag ist er mit dem Hammer ein Aber das ist dann bestimmt über Eisregen Bei Vorboten Ne? Das Glas Hält selbst Hält selbst den Hammerstand Ich weiß nicht mal was das ist Also hier In Technik kennt er sich nicht aus Und sollten die alles nehmen Und wir haben noch nicht alles gesehen Eine Sache gibt sie noch Das Foto hier Das Foto hier Dieses Blutige Das kann man leider nicht anklicken Das da auch nicht zu der Einrichtung sagt Wie ekelhaft Was hier außen Ey Rostig Blutig Schimmelig Ey Bah Schlimmer als im Bunker Das ist aus einem Das ist aus einem alten Bilderbuch Da war das Baby glücklich Man meint es ist ein Happy End Aber das ist Silent Hill Die Seite ist zerrissen Und ich kann den Rest nicht lesen Da erfahren wir später noch mehr zu Was das hier alles gerade auf sich hat Ähm Okay Was passiert denn jetzt Da Paranormal Activity Japanischer Geisterhorror Die kann man nicht zerstören Konami Computer entertaine Tokio Präsenz Die Küche Des Grauens Muss auch mal wieder aufgerückt werden Entschuldigung Kann ich mich nicht verkneifen Aber es wäre cool wenn davon ein Meme ergeben würde Generell von Silent Hill Es ist so schwer Silent Hill sich zu besorgen Wenn man das Original zocken möchte Genau Aber das ist ja ein Sammler Ich will Silent Hill 2 zocken Silent Hill 3 Habe ich mir dann gekauft Übers Internet War schwer zu bekommen Silent Hill 1 natürlich PS1 Da musst du da was anderes machen Um das zu kriegen Da muss man sich noch ein BIOS kaufen Und deswegen wäre das gut wenn das alles nochmal ein Remake bekommen würde Die ganze Serie Bis 4 Das gehört auch irgendwie dazu Auf jeden Fall Was für ein Albtraum Was für ein Traum Der Traum in jemand von In jemand anders So würde ich das sagen Man träumt Man ist in seiner eigenen Wohnung Die Wohnung die ist total vergammelt Rostig Blutig Schimmelig Und dann Erinnert man sich irgendwie gar nicht da dran Dass die Gegenstände Die einem eigentlich gehören Und man erinnert sich an andere Gegenstände Man hat ein ganz anderes Erinnerungsbewusstsein Ein ganz anderes Traumbewusstsein Ne Aber nun denn Gehen wir mal telefonieren Mal eine Pizza bestellen Ne Nein Jetzt nicht Es funktioniert immer noch nicht Das Telefon ist tot Ich kenne eine Nummer die funktioniert Aber Hallo Hallo Wer ist da Was ist schon Die Leitung ist durchgeschnitten Help me Normalerweise gibt es ja in Silent Hill Dieses Radiogeräusch Was sich gerade wie ein Internet angehört hat Von früher Von vor 20 Jahren Und Das haben die jetzt hier leider nicht drin Das hat auch viel für Den Gruselfaktor gesorgt Aber dafür ist das noch so erhalten geblieben Und das kommt gleich auch noch weiter Hat man ja gerade schon gehört am Radio Das ist Dieser See In Silent Hill Vor einigen Jahren Habe ich einen Ausflug dorthin gemacht Okay also Wir sind als Henry Vor ein paar Jahren In Silent Hill gewesen Und haben da Fotos erstellt Ich mag dieses Foto Weil es wirklich die Schönheit und Ruhe Der Bäume und des Sees einfängt Oder man hat als Tourist da Halt Bilder gekauft Ich habe es aufgehängt Gleich nachdem ich hier eingezogen bin Also er war in Silent Hill gewesen Und dann ist er hier eingezogen Interessant Das ist ein Foto der Kirche Auf die ich bei meinem Besuch In Silent Hill gestoßen bin Ich habe sie fotografiert Weil mich ihr Aussehen Aus irgendeinem Grund Fasziniert hat Das ist nur ein Schnappschuss Den ich im Zentrum von Silent Hill Gemacht habe Es ist eine schöne Touristenstadt Die etwa einen halben Tag entfernt ist In der englischen Version steht da Dass das ein halber Tag Mit dem Auto zu fahren ist Das ist ein Foto des Leuchtturms In der Nähe des Sees In Silent Hill Aha Also die Traumfigur Die wir gerade gehabt haben Das Traum-Ich In dem wir drinnen waren gerade Das kennt den Leuchtturm Und den See in Silent Hill Und die Kirche Also war diese andere Person In deren Traum wir waren Oder die in unserem Traum Irgendwie drin war Die auch in dieser Wohnung gelebt hat Dann war die auch in Silent Hill Dann ist Silent Hill die Verbindung Natürlich Scheint etwas einsam Für eine Touristenstadt Aber es ist ein angenehmer Ort Um sich zu entspannen Und um die Seele zu heilen Oh ja Auf jeden Fall Da kann man richtig die Seele baumeln lassen Wenn man da nicht irgendwie Gestört wird Von irgendwelchen Kreaturen Ne Aber naja Wäre schon eine Idee Für so eine Naja Für so einen Urlaub Wobei das natürlich Auch auf einer echten Stadt Beruhen kann Weil das Spiel Das ist ja eigentlich Als Silent Hill Von Inspirationquelle her Ist ja mehr so Jacob's Ladder Nur gibt es dann auch noch Eine richtige Stadt in Amerika Wo es auch Einen unterschwelligen Minenbrand noch immer gibt Und da darf keiner leben Weil das ist giftig Aber nur am Rande Was ist denn hier los? Eine Frau Eine junge Frau Die da irgendwie rumsteht Und wartet Anscheinend Müde Warten macht müde Warten ist scheiße Ach wo bleibt er denn? Ich gehe einfach In die U-Bahn Okay Das war Cynthia Ich habe schon von ihr geträumt Kommt später Hotel South Ashfield Bar Southfield Da kann man auch anrufen Mache ich später mal Vielleicht funktioniert ja die Telefonnummer Wer weiß? Also das sind die Orte Wo man später noch hinkommt In dem Spiel Was habe ich denn hier jetzt noch? Hier sind viele kleine Gegenstände Aber keiner davon ist besonders interessant Okay Es ist ein nagelneues Notizheft Also jetzt können wir unsere Notizsachen hier aufzeichnen Hier stand eigentlich eine rote Schreibmaschine Interessant Das ist mein Bett Das hat die andere Person auch gesagt Ich trenne die beiden mal voneinander Weil ich glaube das ist sinnvoll Habe ich das schon gemacht? Das ist ein Foto der Kirche Auf die ich bei meinem Besuch in Zeilen Till gestoßen bin Ich habe sie fotografiert Weil mich ihr Aussehen aus irgendeinem Grund fasziniert hat Wie gesagt Wäre schön wenn das hochauflösender wäre Dieses Foto Aber Das ist wie gesagt ein Playstation 2 Port für PC Und der PC Port Der wurde dann von GOG überarbeitet Sodass man da mit DirectX auch NTL live machen kann Ich wiederhole das nochmal Weil das ist nicht in dem Im Menü kann man das nicht machen Das kann man nicht NTL live machen Da muss man extra Den DirectX Link Äh Den DirectX Tool Äh Die Xer anklicken dafür Das Programm starten Quasi Ein kleines Fenster öffnen Aber nun gut Diese Truhe könnte eine Menge Zeug enthalten Wir haben ja viele Leute Probleme mit seinen Till Anscheinend Und das löst das GOG löst die Probleme Die man mit seinen Till haben kann Sintel 4 Seltsam Seit ein paar Tagen funktioniert Äh Funktionieren weder Fernseher noch Videorekorder Seit ich diese Albträume habe Also wir haben ja irgendwie kein Strom anscheinend Die Uhr ist vor ein paar Tagen stehen geblieben Und da ist das gruselige Geräusch von Silent Hill Was man immer kennt Wenn die Monster kommen Und was bedeutet das in dieser Wohnung Das Geräusch kommt normalerweise nur Wenn Monster da sind Man hat ja das Radio immer tragbar bei sich dabei Bedeutet das jetzt dass hier Irgendwie die Wohnung das Monster ist? Und wenn die Wohnung das Monster ist Die Wohnung die man nicht verlassen kann Die ja dazu gekennzeichnet ist Wie man gerade sehen kann Ist dann die Wohnung eine Metapher Für irgendetwas Psychologisches? Ich komme da später nochmal drauf zurück War das Radio das erklingt eigentlich nur Wenn Monster da sind? Das ist die Logik bei Silent Hill Aber nun gut Dieses Foto hat mir Frank Sunderland Der Hausmeister hier in South Ashfield Hates gegeben Das ist auch wieder so eine Querverbindung Weil Sunderland Das ist ja eigentlich hier James Sunderland Das ist ja der Charakter aus Silent Hill 2 Man muss keine Vorkenntnisse haben Um das Spiel hier spielen zu können Von Silent Hill Aber da sind schon einige Anspielungen Die man da herausfinden kann Deswegen sage ich das mal in diesem ersten Video schon Weil demnächst werde ich Also in den weiteren Videos werde ich mehr zocken Und weniger labern denke ich Dieses Foto hat mir Frank Sunderland Der Hausmeister hier in South Ashfield gegeben Okay Dann ist der Hausmeister hier In einer Stadt Die ungefähr einen halben Tag von Silent Hill entfernt ist Irgendwie verwandt mit dem Hausmeister James Sunderland ist verwandt mit dem Hausmeister Anscheinend Und jetzt sind wir dann hier Dieses Foto zeigt die Außenseite von South Ashfield Hates Die Außenseite des Gebäudes hat mich sofort gereizt Und dann auch der Blick aus diesem Fenster Naja Als ich vor zwei Jahren einzog Aha vor zwei Jahren War es fast als ob mich etwas hier herzöge Hm Also ihn hat irgendwas hier angezogen Er weiß nur nicht was Er fand das irgendwie schön Wie es hier aussieht Und Was haben wir hier für ein Foto Speicherpunkt Nein Speicher noch nicht Speicher macht Kopfschmerzen Diese Bücher brachte ich mit Als ich vor zwei Jahren eingezogen bin Aber ich habe sie seither nicht mehr angerührt Gehen wir mal zum Fenster Ich kann das Fenster nicht öffnen Genau wie im Traum Bis vor ein paar Tagen war das kein Problem Seit ich diese Albträume habe Aber kannst du auch raus gucken Und diese Sicht die mag er so Was denn hier Was ist das denn für eine tolle Sicht Ich meine gut Da hat man jetzt ein bisschen So eine kleine Skyline Ein Mini-Format Aber Come on Wenn ich vor der schönen Sicht rede Dann Die einen anzieht irgendwie Oder die einen Dazu treibt Dass man eine Wohnung haben will Dann will ich keine städtische Sicht Dann will ich eine Sicht Wo man Landschaft sehen kann Wo man Natur sehen kann Weiße Wiesen Oder ein Baum Aber hier hat man ja auch Bäume Naja Da sind überall Leute Man kann klopfen wie man will Hallo Hilfe Ich komme aus meiner Wohnung nicht raus Die glauben es nicht Aber ich bin eingesperrt Irgendjemand hat eine Kette drin gemacht Ich bin hier irgendwie Hallo Also die Nachbarn Denen scheint das wohl egal zu sein Was hier mit meiner Situation gerade ist Aber naja Wenn die Wände sprechen könnten Ich hatte diese Möbel schon Bevor ich hier einzog Hast du die schon vorher besessen Oder hat die derjenige dagelassen Warum sagt er das nur hier und nicht da Weil das sieht ja neu aus Das ist ein Foto von mir als Kind Und dann bei meinem Highschool Abschluss Weil wenn diese ganzen Gegenstände neu sind Dann teilweise alt sind Und dieser alte Gegenstand Nicht mal zu dem Typen gehört Der hier wohl Oder der Person Die hier vorgelebt hat Und die neue Gegenstände einfach erscheinen Dann haben hier zwei verschiedene Menschen gelebt Deren Erinnerungen sich irgendwie mischen Diesen kleinen Schrank Diese Kommode Die hat er schon gehabt Bevor er hier einzog Aber wie kann dann diese andere Person Eine Erinnerung hier dran haben Das mal bewegt zu haben Naja Wie auch immer Ich gehe jetzt mal hier was zu kochen Ich habe Kohldampf Ich will jetzt nicht kochen Na dann eben nicht Könntest aber eine Stärkung gebrauchen Vielleicht einen Kaffee Schönen schwarzen heißen Kaffee Junge Ich habe keine Lust Mir jetzt die Hände zu waschen Warum Du bist gerade aufgestanden Aber sollst du eben ein Badezimmer machen Kühlschrank Oh Da ist sogar was drin Da ist Schokoladenmilch Die nehmen wir natürlich mit Weißwein Oh ich habe was vergessen Dann schließen wir den Kühlschrank mal schnell Damit dann nichts gammelig wird Der ja leer ist Vor fünf Tagen Da hatte ich zum ersten Mal Diesen Albtraum Seither kann ich Nicht mehr meine Wohnung verlassen Das Telefon ist tot Der Fernseher auch Selbst wenn ich schreie Hört mich niemand Meine ganze Welt Ist plötzlich total verrückt Die Tür ist zugekettet Die Fenster sind versiegelt Und zudem hat jemand die Tür mit einer Kette von Willen verschlossen Wie komme ich hier nur heraus Geh nicht heraus Walter Was zum Teufel Was ist hier los Das frage ich mich auch Was war denn das jetzt Don't go out Walter What the hell What's going on here Wer ist Walter Alter Falter Das ist Eileen Colvin From next door Hello lady Oh man I hope my luck changes before the party What party What party Und da sieht man jetzt irgendwie so Und da sieht man so blutige Handabdrücke Würde ich mal dazu sagen Eins Zwei Drei Vier Zwei Fünfzehn Stücke 15 bleutige Handabdrücke Was suchen die da an der Wand Das ist Eileen Gordon Von nebenan Hallo lady Können sie mich hören Hallo Hey Sie stehen vor meiner Tür Hallo Können wir mal quatschen Ich richte die Tür nicht auf da war wieder ein fehler wo ich gesagt habe ich habe technische schwierigkeiten und dieser fehler ist jetzt dass der ton verzögert ist zeitverzögert also ich muss noch ein bisschen hier anscheinend herum experimentieren dass es auch funktioniert deswegen werde ich ein bisschen mehr speichern müssen falls wieder technischer technisches problem kommt wenn man nicht gespeichert hat naja jetzt sind ja 15 hände an der gegenüberliegenden wand der hier ist der ton normal aber bei diesen cutscenes da ist das manchmal anders was war das was hier eine waschmaschine die brauche ich jetzt nicht nein die brauche ich jetzt wirklich nicht was das ein wäscheltrockner den brauche ich jetzt nicht was war das für ein lärm im moment gibt es hier nichts interessantes da liegen werkzeuge und andere sachen auf dem boden aber hier gibt es nichts interessantes es war woanders kann das nur gewesen sein da habe ich noch was zu lesen habe ich gerade gesehen oh mein gott kenne ich natürlich schon aber das ist der einzige ausweg was zum teufel oder nicht oder ist das ein eingang es ist jemand da drinnen hallo kommt dieses loch her ob ich auf diesem wege hinaus komme das abwasserrohr ist auch kaputt das nehmen wir natürlich mit jetzt ist auch wieder ein bisschen schneller das spiel habe ich das gefühl also das verlangsamt sich manchmal ein bisschen natürlich ist niemand in der badewanne ja mach die badewanne mal sauber da willst du drin baden das sind kinderstimmen gruselig oder sollte gruselig sein aber spielt halt dazu mehr jetzt ist nicht der zeitpunkt für sowas warum hast du nicht schiss wenn du in dieses verdammte loch reingang es kommt kein wasser mehr also er hat kein du hast kein wasser mehr in deiner bude und du willst nicht die hände waschen in der küche okay in der küche hat er noch was ansonsten naja ich habe die nachricht übersehen was ist das mutti warum machst du nicht auf sie legen den ersten brief in die notizheft und vielleicht hole ich das gleich noch nach mit der szene je nachdem dann kann ich hier extra reinschneiden damit der ton noch da ist oder ich mache einfach den ton dann rein sieht aus wie ein fetzen aus einem buch beziehungsweise ich mache das bild dann rein für den ton oder ton ist ja richtig da nur das bild ist langsam manchmal man man sieht aus als wäre es vor einer ewigkeit geschrieben worden durch das ritual der heiligen himmelfahrt erschuf er eine welt sie existiert in einem raum getrennt von der welt unseres herrn genauer gesagt sie ist darin jedoch ohne die welt des herrn aha In einem Raum getrennt von der Welt unseres Herrn. Also es ist innerhalb der Welt des Herrn, dass es da eine Welt gibt. Und in dieser ist er nicht vorhanden, sozusagen. Doch anders als die Welt unseres Herrn ist sie im äußersten Fluss. Unerwartete Türen oder Wände, bewegliche Böden, eigenartige Kreaturen. Naturen, eine Welt, die nur er kontrollieren kann. Wer der Herr, der nicht da vorhanden sein soll, oder wie oder was? Wer von dieser Welt verschlungen wird, wird dort für alle Ewigkeit leben, niemals sterbend. Sie werden in diesem Reich als Geist umgehen. Wie kann unser Herr eine solche Scheußlichkeit vergeben? Dieser Teil ist unleserlich geworden. Ist wichtig, in dieser Welt mit wenig Gepäck zu reisen. Wer eine zu schwere Last trägt, wird es bereuen. Dieser Teil ist unleserlich geworden. Der Teil ist der Einrichtung. Herhält nichts.